Okay, 3 zu 2 zu 2 für Bombebereich sichern, ne nicht 2, Entschuldigung, 3 zu 3 zu 1 für Bombebereich sichern und Geisel und damit handelterseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Natürlich wird mir wieder der letzte Shotgun-König gewinnt. Jäger zählt doch nicht. Ja, hätte dein Kopf sein müssen. Oder Seraphine. Na gut, mein Dickschüttel kann man nicht verfehlen. Müsst du jetzt damit sagen, dass du dick bist? Ja. Ein oder zwei Grits? Müsst du jetzt etwa sagen, dass Grit dick ist? Also. Ne, so eine Shotgun-Drohne-Witschel eiert hier rum irgendwo. Cockpit oben sauber. Du Arsch-Cakes, ey. Das müsste eigentlich ein Dreieck für geben. Für was? Ich habe meine Drohne zerzwitscht. In den Hintern. Tja, hätte ich mich jetzt nicht zweimal versucht abzuschließen, hätte ich jetzt zwei Schüsse mehr. Ach, das war nur geschossen. Den einen brauchte ich ja auch nicht zu spüren. Boah, boah, geil. Was denn? Du so fiese Möpp, erst blitzst du mich vorhin, denn das? Mach bei mir. Nein. Dann werde ich mal eine Rausstimmung abwerfen. Sind die Arsch-Kekse jetzt? Blutgezug gemacht, also unten. Also auf Küchenhöhe. Soll ich mal vorgehen? Vielleicht. Wenn, dann durch die Tür. Links ist ein Mira-Funker, ne? Okay. Kann man gerade durchgucken. Das war, wann die Schüssel kaputt gegangen ist. Ibana kommt vom Gang. Das Mira-Fenster können wir benutzen. Sehr interessant. Das ist bestimmt eine Falle. Von der anderen Seite. Ich schluss. Also unten auf der Treppe war Mira. Die hat C4 verschossen. Gucken wir das mal an. Ich mach die Bucke mal auf. Frostkampf. Frostkampf. Oh cool. Kaiser. Kessel ist tot. Bucke ist hinten. Bucke guckt da gerade hin. Na toll. Bucke ist verletzt und tot. Noch Serafina wieder ganz. Mit Sicherung ist der älter fortfahren, sobald die Bedrohung sicherung des Raumes einsteigen. Nein. Wo ist der hinten im kleinen Raum? Der ist drinne. In dem Raum selber. Bleiben Sie nah bei mir. Was ist denn weg? Komm, ist mal drin. Lasse, lasse. Nicht schießen. Nein, ich will. Das ist ein Hohes. Da schon mal nicht. Nee, der war dahinter. Müsste dahinter sein. Guck mal, da war er. Gegner eliminiert. Oh, da ist auch noch einer. Welche nehm ich denn jetzt? Die? Oh Mann. Ich hab der, die das beschäftigt, war um C4-Klose. Ach, Mott. Aha, okay. Wo ist die mit C4? Da hat er endlich C4 geworfen. Aber nicht an der Treppe. Nee, da war ja noch ein Loch in der Wand. Oh. Hast du mit Montagne Bewusstrauch eingepackt, Serafina? Na, sonst noch. Ich glaub, Blende, oder? Sprengleidung hat Blitz. Bei Blenden hat ich halt das Problem. Ich blende mich immer selber. Hast du dir Augen zu machen? Äh, toll. Sicher noch weniger. Was sie damit sagen, dass du blind bist? Ja, manchen Tagen schon. Blind im Blitz. Küche, es sehen sie wieder. Küche, Frau Frost, haben sie auch. Na doch. Da ist Grabschrauben. Mira haben sie. Mira ist die letzte. Nein, die letzte. Nein, ist die letzte. Ist die letzte? Beim Schlauchboot ist immer so eine Sache. Erstmal gucken, ob ihr unten rauskommt. Ja, ich... Hier, er ist Kameratüte. Dann stirbst du. Der Hammermann ist Hammermann. Ja, der Idiot hab ich gehauen. Zugdrohne wird aktiviert. So, Türe, Faser, Serafina auch. Äh, Luke ist verstromt. Ja. Wir können vorrücken. Von unten bestimmt. Bestimmt von dem, der gerade eben mit Mutzi gestorben ist. Ich gucke Gang und Treppe oben. Nein, du blödes Scheiß. Mann, ey. Was macht denn der unten? Boah, das ist so ein Klappspartner. Die Treppe ist wer? Treppe oben? Oder unten? Ja, okay. Ich gucke Gang hinter. Grappspartner, Gang hinten. Gelbe Ping. Nein! Gut. So, jetzt können wir vorrücken. Vorsicht, Matten und Gumminen sehen wir nicht. Glück. Was, die Minen sehen wir nicht? Ja. Da, am Tresen, liegt da, in dem Schrank da. Wenn du reinkommst in das Loch, links. Mit Sicherung, sie werden fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert wird. Mach schön. Mann, das gibt's doch nicht. Recht, links. Nicht, dass er so weit links ist. Ja, links. Wo willst du denn da noch hin? Links ist links. Ich war mir nicht ganz sicher, ob er am Mira-Finsten ist oder da wirklich an der Auswand. Aber doch, ist ganz schön weiter Gang hinter, sag ich mal. Ist viel Platz da hinten. Links ist links. Außer bei anderen, wo das rechts ist. Da, bei mir war Spiegel, da hättest du es gesehen. Pokerraum. Oh, boy. Ich hab die blöde Kapschauer nicht einmal getroffen. Glaub ich? Das ist gut. Ich hab's aber gerade noch so bekommen. Das ging wahrscheinlich ja fast nicht. Den Raum sichern. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Ah, die Kackluke. So. Zeit für etwas Rüstung. Ich bringe Materiales bereit. Da ist ein Bandit drin. Die Drohne der Gegner hat Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Die Luke im Nebenraum lasse ich mal. Wobei. Ja, doch. Habt noch was. Erstmal anziehen. Die sind Drohnen unter den Matten. Jetzt sind die Matten leer. Drohnen zerstört. Plus 10, minus 10. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Sprengmaterial platziert. Oh, was fliegt denn hier? Oh, wir sind. Serafina hat den Spielautomaten kaputt gemacht. Ich lade Munition nach. Letzter verbleibender Gegner. Der ist oder der? Ich will meine Minen finden. Ich hab mir extra Mühe gegeben. Oh, da ist schon was drin. Au. Blöda. Gegner eliminiert. Mission erfolgreich. Hat dich angezündet? Mal eine von uns. Muss das gewesen sein, weil der Gegner war es nicht. Bist du das, du Arschloch? Nee, ich war auf der ganz anderen Seite drüben, klar. Weil ich Serafina rumgespielt. Du machst Sachen. Hast du auch meine Drohne vorhin mit Twitch kaputt gemacht? Ja. Da kann man sowas schon mal vermuten. Auf jeden Fall war das nicht der Gegner, der da den Britzelschild kaputt gemacht hat. Den Flammi-Flammschild. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. Und tschüss.